Jo Leute hier ist mal wieder euer Boss höchstpersönlich Jawohl der Weltmonarch der Bosscock Ja Leute heute mache ich etwas sehr Mutiges denn ich werde mich mit einem Eimer voller kalten Wasser übergießen Warum das Bosscock fragt sich jetzt der ein oder andere Ja ganz einfach Also das ist so ein Internetrend aber anders als bei anderen Internetrends ist dieser hier für einen guten Zweck Ich glaube das ist gegen irgend so eine Krankheit Aids oder so keine Ahnung äh naja auf jeden Fall ne gute Sache ja Ich bin übrigens nicht der erste der sowas macht Nein das haben auch schon bekannte Leute wie Bill Gates, Osama Bin Laden oder Eva Braun gemacht ja Von letzterer wurde ich übrigens auch nominiert also von hier aus nochmal danke an dich Eva So Leute es ist soweit Ich euer mutiger Boss werde mir jetzt für einen guten Zweck Wasser über die Rübe kippen 3, 2, 1 Ahaha Aua Losersut heißt ah ist das kalt oh mein Gott scheiße Alter ist das kalt Okay Leute ich nominiere Hello Tricks I love Cookies Und natürlich meinen nicht weniger berühmten Kollegen und Elite Bosscockfan Akuma So ich bin raus lasst ihn schwingen Ciao ciao I'm gonna call this I'm gonna call this I'm gonna call this Untertitelung des ZDF für funk, 2017